Ich suche hier die Ableitung der Funktion. Ich weiß, wenn ich e hoch x ableite, bekomme ich e hoch x und ich kenne die Kettenregel. Also die äußere Funktion ist e und die innere Funktion ist das Gelbe. Das heißt, es bleibt bei e hoch und jetzt das Gelbe. Also 3x minus bis x minus 2. Jetzt nachdifferenzieren. Wenn ich 3x minus 2 ableite, bekomme ich 3, also mal 3. Können wir ein bisschen schöner hinschreiben, ist 3 e hoch 3x minus 2. Das ist die Ableitung von dieser Funktion.